Bei Let's Play Minecraft Skywars Ich wollte eigentlich schon von Anfang an aufnehmen, habe ich auch getan Aber dann ist mein Bildschirm wieder dunkel geworden, weil ich den Bildschirm angekabelt habe Das ist das Handy, ich habe es zu lange auf dem selben Standbild gelassen Und könntest du bitte mal aufhören damit das abzubauen? Ich werde es immer wieder aufbauen, das kannst du gar nichts dagegen machen Na gut, lassen wir ihn eben Ja, wie gesagt, ich wollte ich, ich habe ich schon aufgenommen, 6 Minuten Eigentlich sogar schon über 10 Minuten, aber ich habe es halt zusammengecuttet, weil Bettwas halt immer länger dauert Genauso werde ich es auch hier machen, weil länger als 10 Minuten will ich die Folge wirklich nicht machen Zumindest nicht 15 Minuten lang und da will sich einer so ganz Oh Gott, oh Gott, wo kommst du denn her? Tschüss Okay, also jetzt werde ich noch nicht cutten, weil Es sind ja schon 6 Minuten vergangen Also wir haben hier schon ollenig was zugebaut Haben auch schon ein paar Leute getötet Wir sind auch, wenn ihr unten seht bei der Leiste Blau hat nur noch 1, Grün hat 2 Wir haben 3, wir haben 3, nee, wir haben ganze 4, also wir sind die einzigen vollständigen Und Rot hat auch nur noch 3, also wir könnten ehrlich gesagt gewinnen Das wäre eigentlich gar nicht so übel Übelst schwer So, für einen Bogen und Pfeile will ich mir jetzt mal ein Dings Ähm Einen Bogen holen, aber der nimmt schon wieder das ganze Gold weg Nein, nein, nein Ne, was machst du denn? Achso, ich verstehe Da Macht er, da macht sicher Oh, hier ist sehr viel Gold Da könnte sich schon einen Bogen samt einem Pfeil auszahlen Oh, da ist noch mal nachgespawnt Irgendwie ist der Ton jetzt auch wieder weg Aber ich habe jetzt gerade nicht die Zeit Vor allem nicht mit 16 Gold, dass ich den Ton wieder anmache Oder? Ne, das ist wieder ein Bug So, dann mache ich mal einen Bogen und einen Pfeil Noch einen Pfeil sogar Ich habe 2 Pfeile, yeah Sonst gehe ich mal kurz raus und wieder rein Jetzt ist der Ton auch wieder da Okay Äh, jetzt habe ich 2 Pfeile, ist das geil Wenn sich da jetzt irgendwer Oh Oh Den will ich runterschießen Den will ich runterschießen Oh, der ist viel zu weit weg Das schaffe ich nicht Ich will den runterschießen Ah, na toll Ich habe mir gerade gedacht Wieso kann ich ihm hier keinen Block platzieren Jetzt weiß ich auch wieso, weil ich dumm bin Mann, wieso ist das so weit weg? Ich wollte ihn runterschießen Na, werde ich auch noch Die letzten 2 Pfeile, die ich in einer letzten Runde hatte Die Die waren für einen Gegner, der mich töten wollte Ich habe sie einfach ins Gesicht geschossen So, ich will mich einfach zu dem tauern Ich kann mir nicht vorstellen, dass der schon einen Bogen hat Weil der baut sich schon eine ganze Weile hierher So, ich mache mal hier Nein, 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 nein Das ist unfair, das ist unfair, das ist unfair Nein, 16 Gold Nein Es ist weggepackt Das darf einfach nicht wahr sein Vorhin war es genau schon so Oh nein Na gut, bis irgendwas Witziges oder Tolles wieder passiert Werde ich jetzt mal wegschneiden Und bei uns ist auch schon einer weg Das ist ganz toll Da ist er Da ist er, da ist er, da ist er Den hole ich mir, den hole ich mir Ich werde zuerst mal Schneebälle holen Weil ich kann ihn auch mit Schneebälle runterhauen Die sind nicht so was von teuer Ich werde jetzt erstmal nicht mal karten Aber zuerst mal das Verlass mal das Was? Wie jetzt? Ach, die sind schon da? Was? So ein Dreck So, muss ich mich ganz schnell beeilen mit dem Gold Ich kann ja nicht vorbei, wieso auch immer Ich glitsche in der nicht vorhandenen Wand Oh, sehr viel Gold Da hat sich schon lange keiner mehr was abgeholt Oh Kann ich mir doch gleich einen Bogen machen Ja, aber erstmal Schneebälle Oh, bei uns haben sie sich auch schon rüber gebaut Das habe ich gar nicht gemerkt Seht ihr? Nein! Nein! Wieso? Wieso? Nein! Das ist unfair Das ist unfair Das ist unfair Jetzt hat sich der auch noch das ganze Gold geholt Das was jetzt wahrscheinlich zurückgeglitscht ist Zurückgeglitscht ist Nein, das verstehe ich einfach nicht Wie kann man nur so ein Pech haben? Ich verstehe das nicht Da kommt was Grünes auf uns zu Fall runter, fall runter Dankeschön Yeah Der war viel stärker als ich Grün hat nur noch eins Und das Bett steht noch Ich werde mich da jetzt irgendwie hinschleichen Und das Bett abbauen So Ja, es rennt gut Ja Ich baue da mal zu Dass der nicht so schnell herkommt Geil, der bemerkt mich nicht mal Ich fasse es nicht Nein! Lass es abbauen Yeah X X Yeah Yeah Und den letzten hier von Grün tötte ich auch noch Da steht eh nur in der Gegend rum Der macht doch, glaube ich, gar nichts Okay, Grün ist ausgeschieden Okay, was hatten die denn so Schönes? Hatten die überhaupt eine Teamküste? Ich weiß gar nicht Ah ja, da Ist überhaupt was drin im Moment Oder ist das nur ein Schutz? Vielleicht ist das ja auch nur ein Schutz Nee, das ist nur Schutz So, Leute Ich glaube, ich marschiere jetzt mal zu Blau Der wiederum jetzt gerade zu uns kommt Ah Ah Nein Der lebt ja auch noch Stirb 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 Was? Was ist denn so Bett schon weg? Hä? Hä? Ich kapiere es nicht Na gut, dann haben wir verloren Ich verstehe zwar nicht, warum Vielleicht war es auch nur ein Bug oder so Aber ich hoffe Euch hat diese Runde gefallen Und ich hoffe, ihr seid nicht böse Dass der Zusammenschnitt jetzt ein bisschen doof war Und freut euch auf die anderen Runden Und auf die anderen Projekte Und, okay Dann, da gibt es Ansehen Und Daumen Ein Daumen wäre ein Traum Ein Däumchen wäre ein Däumchen Genau so ist es Also, bis dann Dann, bis dann Vielen Dank.